Heute ist ein stiller Feiertag, Karfreitag, ein stiller Tag in der stillen Karwoche und in diesem Jahr ist es noch stiller als sonst. Die Welt steht still. An Karfreitag wird es um Jesus still, eine Grabesstille erfasst die Christenheit. Der Blick auf Jesu Kreuz zeigt, dass wir heute nicht ausweichen vor dem Tod. Wir wollen den Tod nicht verdrängen, sondern den Blick auf den Tod zulassen und aushalten. Aushalten die Stille, aushalten die Trauer, aushalten, um einen besseren Blick auf unser Leben zu bekommen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.